Was ist die Polymere? Heutige Polymere werden zumeist in toxischen Lösungsmitteln oder in Laugen produziert, was auf der einen Seite nicht nachhaltig ist, auf der anderen Seite den Prozess sehr teuer macht. Wir bei UGP Materials produzieren ein ganz besonderes Polymer, das nennt sich CRIS. Das ist ein vollkristallines Polyemit, das einzige vollkristalline Polyemit der Welt. Das gibt ihm ganz besondere Eigenschaften. Es ist extrem chemisch resistent, mechanisch resistent und hitzebeständig bis 700 Grad. Wir verwenden einen hydrothermalen Prozess, das heißt wir produzieren unsere Polymere erstens in Wasser und zweitens in einem einstufigen Verfahren, was auf der einen Seite einen Kostenvorteil verschaffen wird und auf der anderen Seite sehr gut für die Umwelt ist. Dadurch ist es ganz besonders geeignet für den Einsatz in Verbundwerkstoffen.